Musik Martin Kien ist Segler. Und wollte ursprünglich Schuhe entwickeln, die perfekt auf seine Ansprüche passen. Er wollte Schutz an Deck und Sicherheit auf nassen Klippen. Inzwischen ist daraus jedoch viel mehr geworden. Kien hat sich als vielseitige Marke etabliert. Was gleich geblieben ist, ist die verstärkte Kappe an den Zehen, das Erkennungsmerkmal der Kien-Schuhe. Die Kappe bietet optimalen Schutz für ihre Füße. Bei der Produktion setzt Kien auf Nachhaltigkeit. Strom kommt aus Solarzellen und es werden recycelte Materialien genutzt. Ebenso unterstützt Kien zahlreiche Organisationen durch Spenden. Kien-Schuhe. Eine runde Sache. Kien-Schuhe. Untertitelung des ZDF, 2020